Okay, okay. Oh, das wird knapp. Michael, langsamer. Sie riskieren einen Zusammenstoß. Ich schaff das schon, Kit. Aber Sie nähern sich einer gefährlichen Kurve. Ihre Überlebenschance beträgt weniger als 0,04 Prozent. Hör auf mit deinen guten Ratschlägen. Ich krieg das schon hin. Tut mir leid, Michael. Jetzt steht es 43 zu 3. Für mich. Ach, diese Computerdinger sind doch bloß Zeitverschwendung, weiter nichts. Verzeih, Anwesende sind natürlich ausgeschlossen. Kit, Schalter auf Handbetrieb. Wir halten an. Wirklich? Warum? Ist eine junge Dame in der Nähe? Woher weißt du das? Michael, Sie sind so leicht zu durchschauen. Michael, ich sag's nur ungern, wir haben einen Auftrag zu erledigen. Mach dir deswegen keine Sorgen. Hi. Lieutenant, brauchen Sie Hilfe? Ja, sehr dringend sogar. Ich bin Michael Knight. Robin Latt. Woran liest's denn? Er will nicht mehr. Keine technischen Details, bitte. Soll ich mal nachsehen? Bitte bedienen Sie sich. Machen Sie das Ding doch mal auf. Oh! Sie hatten recht. Der fährt nicht mehr. Der Kühler kocht. Da ist ein Schlauch gerissen. Wo wollen Sie denn hin? Zur Engelhard Army Base. Na, da fahr ich doch vorbei. Soll ich Sie mitnehmen? Danke, ich hol nur meine Sachen. Tun Sie das. Also Kit, heute spielen wir mal Abschleppdienst. Wir nehmen die kleine Lady mit. Was ist mit Ihrem Fahrzeug? Das müssen wir abschleppen. Was meinen Sie mit wir? Hey, hey, sei still. Habe ich Sie falsch verstanden oder sagten Sie abschleppen? Abschleppen, ganz recht. Wir hängen Ihr Auto hinten dran und ziehen es. An mich dran? Michael, ich bin als Abschleppwagen völlig ungeeignet. Ich habe zahlreiche komplizierte elektronische Systeme, auf die sich das negativ auswirken könnte. Komm schon, Kit, du bist gebaut wie ein Panzer. Oder nicht? Michael! 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 Was treibt Sie in diese verlassene Gegend? Die Arbeit. Und was arbeiten Sie? Ähm, ich bin Versicherungsvertreter. Waren Sie länger nicht mehr hier? Zwei Jahre. Ich war in Deutschland. Es ist lustig, als ich noch als kleines Army-Mädchen auf die Oberschule ging, war Engelhardt mein Zuhause. Jetzt ist es mein Stützpunkt. Army-Mädchen, ne? Mhm. War Ihre Mutter auch Offizier? Nein, mein Vater. Und er ist es noch. Er denkt, ich komme frühestens nächste Woche, aber ich wollte einfach in sein Büro reingehen und sagen, Colonel Ed, Sir, ich melde mich zum Dienst. Ich hoffe, er ist nicht zahoren. Nein, wieso denn? Hätte es Offiziere wie Sie gegeben, als ich Uniform trug, wäre ich nie ausgetreten. Kerne Ed? Tut mir leid, Sir. Ich dachte, das hier ist das Büro von Kerne Ed. Das ist es auch. Sie müssen Lieutenant-Lad sein. Ich bin Major Sanderson, General Dungtons Adjudant. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Können Sie mir sagen, wo ich meinen Vater finde? Sie sprechen besser mit General Duncan. Kommen Sie bitte mit. Hey, gibt's Probleme? Ach, wissen Sie, in der Armee gibt's immer welche. Entschuldigen Sie bitte, General. Robin Ladd. Ja, sie ist es, so wahr ich hier stehe. Donnerwetter. Sie sehen aus wie ein Aushängeschild für die Armee. Was ist hier los? Wo ist mein Vater? Hat er gerade Ausgang? Oder hat er vielleicht... Sanderson. Haben Sie es ihr nicht gesagt? Nein, Sir. Ich dachte, ich dachte, es ist besser. Dann wissen Sie es nicht? Was denn? Oh, Robin. Er hatte einen Unfall. Es tut mir leid. Sein Jeep ist draußen in der Wüste in die Buena Vista-Schlucht gestürzt. Wahrscheinlich war er auf der Stelle tot noch, bevor er was gespürt hat. Oh, nein. 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 Musik